Hey ho, hier ist wieder euer ByteKrieger und ja, ich hatte euch versprochen, dass ich euch den Trick zeige, wie ihr ins Kloster kommt in der zweiten Epoche. Dazu ein neues Spiel starten. Das hier drücken wir einfach alles durch. Einfach alles überspringen. Das kennen wir bereits aus dem ersten Teil, also dem Let's Play. Gutus versucht uns hier wieder zu beleben. Mach schon. Und da kommt Hype auch schon wieder von den Toten zurück. Beziehungsweise von den Versteinerten. Ich. Ja. Da guckt er ganz dummer aus der Wäsche. Ich wurde. Dabei hat er den Schwarzen Ritter gerade erst besiegt. Ist er schon wieder hier. So war es aber auch. Das Tutorial müssen wir auch nicht machen. Also, ich. Also keine Sorge. Wir müssen jetzt ein bisschen cheaten. Ja. So richtig cheaten müssen wir jetzt. Wir müssen nämlich einmal nach da unten. Den Text hier nochmal überspringen. Ihr wart lange in diesem Stein gef... Der Text interessiert uns nämlich nicht. Und dann müssen wir hier nach unten. Und zwar in diese Höhle. Ich wusste immer als Kind, dass hier irgendwas sein muss. Ich habe durch ein YouTube Video erfahren, was hier auch wirklich ist. Wenn wir jetzt nämlich auf der Tastatur Debug eingeben. Oh. Da ist ein Schalter. Betätigen wir mal. So. Und jetzt können wir uns teleportieren. Wir können uns jetzt eigentlich überall hin teleportieren. Ich teleportiere mich mal zu Tele 18 müsste eingeben. Dann bin ich hier bei der Festung. In der Ära Tastkan der Dritte. Ja. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen natürlich erstmal da reinkommen in die Festung. Das ist ein bisschen schwieriger. Weil die Wachen doch etwas stärker sind. Wir haben ja noch das Level 1 Schwert. Ja. Wir ignorieren die Wache mal. Wir gehen zum Schalter. Lösen den Schalter aus. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich dasselbe machen. Ja. Der jagt sich gleich selber in die Luft. Das ist für uns nur förderlich. Das spart uns eine Menge Ärger. Da haben wir ihn auch schon. Und den Schalter auslösen. Hätten wir eigentlich gleich am Anfang machen können. Aber ist nicht so schlimm. Wir müssen in die Festung. Wir müssen in die Festung. Ja. Der Trick ist nämlich, dass während des Speicherstands geladen wird, was kleines passiert hier. Ich habe ja hier schon mal den Debug-Status. Das speichere ich jetzt einfach drüber. So. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zum Hauptmenü zurück. Und laden eben dieses Spiel. Wir sollten uns ein bisschen vorbereiten. Denn jetzt kommt der schwierige Part. Wir müssen Tele 09 eingeben. Bevor Hype aus der Statue erwacht. Also nach dem Lade-Spiel. Ich weiß jetzt. Ja. Habe ich es noch rechtzeitig geschafft? Ja. Habe ich. Und siehe da. Wo sind wir denn hier? Wir sind tatsächlich im Kloster. Und zwar in der zweiten Epoche. Ihr seht es. Ist wohl ein Überbleibsel von der Programmierung des Spiels. Hier ist auch keine Glocke oder so. Ja. Und der Tisch von der ersten Epoche. Der steht auch nicht mehr da. Aber wir können uns jetzt hier frei bewegen. Zumindest. Insofern. Dass wir jetzt dorthin gehen. Wo wir nicht weitergekommen werden. Im Let's Play. Und das hat eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also es bringt keinen Vorteil. Ist einfach ein kleiner Lost Place. In Hype. Verloren gegangen bei der Programmierung. Des Spiels. Oder einfach ein Überbleibsel davon. Und hier unten. Ja. Da ist ein Gitter. Das hätten wir in der zweiten Epoche im Kloster nicht aufgekriegt. Aber jetzt haben wir mal gesehen was da oben ist. Ist doch auch ganz cool. Und mit diesem Debug Modus können wir jetzt zu jedem möglichen Level zurückkehren. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal Tele 0.1 eingeben. Jetzt sind wir zum Beispiel der Stadt Torras. Oder Tele 22. Wo wir da landen. Da landen wir zum Beispiel auf dem schwarzen Turm. Die Let's Player nutzen das. Beziehungsweise nicht die Let's Player. Sondern die Speedrunner. Denn so wird jedes Level mal in den Cache geladen. Und lädt dann schneller. Ja. Sonst kann man hier eigentlich nicht viel anstellen. Es geht. Das Ganze ist auch ein bisschen verpackt. Das heißt. Wenn man sich in den Himmel portet zum Beispiel. Äh Tele. Ich glaube 35. Müsste im Himmel sein. Wenn wir jetzt wieder landen. Haben wir glaube ich kein Schwert mehr. Oder? Doch. In dem Fall haben wir sogar noch eins. Wenn wir uns jetzt wohin teleportieren. Einfach weg teleportieren. Nö. Wir haben es noch. Aber es gibt irgendeinen Ort wo man sich nicht hin teleportieren sollte. Denn sonst hat man kein Schwert mehr. Keine Rüstung mehr. Gar nichts mehr. Äh. Wir können mal Tele 04 gehen. Dann landen wir im Kloster. Tele 05. Wäre dann zum Beispiel hier. Tele 06. Wären wir dann im Wald wieder. Tele 07. Wären wir jetzt hier in der ersten Epoche am Himmel. Hier können wir uns nicht. Ich stehe ganz zu da. Hier können wir uns im Übrigen auch nicht weg teleportieren oder so. Wir könnten jetzt zwar drüber speichern und so. Tene 01. Passiert nichts. Wir müssen immer erst wieder landen. Wenn ihr noch ein paar von diesen Lost Places kennt. Wäre doch ganz cool wenn ihr es unten in die Kommentare schreibt. Das meine ich mit verpackt. Jetzt haben wir zum Beispiel hier. Sieht so megaviert aus. Können wir uns jetzt frei bewegen aber Zartila dreht sich nicht um. Irgendwie cool. Es wäre eigentlich ein cooles Ding für ein Thumbnail. Moment. Gehen wir mal ein bisschen zurück. So vor den Drachen hier. Dann mache ich mal ein Screenshot. Ja. Wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Es wird jetzt bald eine neue Spielserie geben. Ich kann es euch schon mal verraten. Es wird ein altes Harry Potter Spiel werden. Ja. Haut rein. Schaut wieder rein. Bis dahin. Ciao, ciao.